Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu Übungen, die dir helfen können bei einer ISG-Blockade. Du kannst natürlich die Übung auch machen, wenn du keine Blockade hast, denn das ISG-Gelenk ist die Verbindung zwischen unserem Becken und unserer Wirbelsäule. Also eigentlich gar kein Gelenk, sondern eine Verbindung, die aber oft verkantet und dann Schmerzen verursacht. Also mach einfach so mit, wie du dich wohlfühlst. Wenn irgendwas nicht ganz so klappt, dann mach so, wie es für dich am besten passt. Wichtig ist, dass wir einerseits mobilisieren, durchbewegen, andererseits aber auch die wichtige Muskulatur stärken, die uns hier wirklich gut festhält in unserer Mittag. Und beides werden wir tun. Auf jeden Fall richte dich einmal auf, Bussbein anheben, Hüftbreit stehen. Knie ist wichtig, dass die jetzt so ein bisschen durchlässig sind. Du kannst gleich mal so weitermachen, deine Knie beugen und strecken. Dann merkst du schon, bewegt sich dein Becken. Müsste eigentlich schon ganz angenehm sein hier hinten, oder? Ganz locker lassen. Ohne jetzt groß Spannung aufzunehmen, erst einmal durchbewegen. Mal weiter. Und das Ganze dann auch nach vorn und hinten. Also Becken vor und zurück. Du kannst, wenn du mehr Kontrolle möchtest, auch deine Hände hierher nehmen. Dann merkst du, dass du vielleicht dich bewusster bewegen kannst. Komm wieder zur Mitte. Und jetzt bewegst du nochmal nach rechts und links oben. Aber versuchst, dein Bein sogar mit hoch zu heben. Also einmal rechts, einmal links, nach oben. Es geht bestimmt nicht viel, aber so ein bisschen können wir uns da schon bewegen. Immer in deinem Tempo. Angenehm, oder? Sehr gut. Jetzt bleibst du dann auf einem Bein stehen. Und das andere Bein schwingst du durch. Du kannst dich auch irgendwo festhalten. Versuch möglichst locker, dein Bein zu schwingen. Das Ganze auch mit der anderen Seite locker durchschwingen. Und nochmal wieder lösen, wechseln. Und jetzt das Bein strecken, dass du schwingst, Ferse schiebt und du kreuzt diagonal und deine Arme gehen gleich mit. Wechseln, andere Seite, Knie strecken. Jetzt zur Mitte kommen und wechseln. So, jetzt nochmal ein Bein heben. Dann Ferse hinten anheben, die Knie aneinander. Und jetzt bewegst du das Knie nach oben und wieder zurück. Nochmal hoch und wieder zurück. Kann sich auch festhalten. Dann müssen wir natürlich die Muskeln auch schon richtig arbeiten. Kommen wieder zur Mitte. Wechseln, Knie zusammen, Ferse hochheben und wieder in die Waagrechte zurück. Noch ein Mal. Kommen wieder zur Mitte zurück. Sehr gut. Füße hüftbreit aufstellen. Stütz dich auf die Oberschenkel. Fingerspitzen nach außen. Mach deinen Rücken ganz rund. Kopf rein. Und nochmal ganz gerade. Noch einmal ganz rund. Kopf rein. Und gerade. Noch ein letztes Mal. Mal rund. Ganz gerade bleiben. Und wenn du schon hier bist, dann darfst du gleich tiefer gehen. Dich hinsetzen. Wenn du möchtest, holst du dir ein Kissen, auf das du dich setzen kannst. Dann nimmst du deine Unterschenkel mit den Händen, richtest dich auf und versuchst jetzt ganz, ganz gerade rechts und links deine Gesäßhälfte vom Boden weg zu bewegen. Noch mal lockern. Und dann kommst du wieder zur Mitte zurück. Kurz rund werden. Deinen Rücken hängen lassen. Und dich dann nochmal aufrichten. Hände stützen sich hinten ab. Brustbein anheben. Und jetzt streck ein Bein. Kreuz das andere. Und zieh das Bein so nah ran, bis du die Dehnung im Gesäß spüren kannst. Drück das Knie nach außen. Richte dich auf. Nach vorne. Und halte die Dehnung. Ein paar Atemzüge. Merkst du? Dann entspann dich, wechseln, anderes Bein kreuzen, ranziehen, Knie nach außen drücken, aufrichten. Gesäß, Dehnung spüren. Immer so ein paar Atemzüge. Und so ein bisschen hineinatmen in die Dehnung. Und dann ganz langsam wieder zurückkommen zur Mitte. Oberschenkel fassen, in die Rückenlage abrollen. Komm tief. Beine breiter als seine Matte. Arme zur Seite und lass deine Knie nach rechts. Wieder nacheinander zurück und nach links kippen. So mobilisierst du deine Hüftgelenke, aber auch das ISG. Drück das obere Knie so ein bisschen nach unten. Und spür immer hinein, was für dich ganz besonders angenehm ist. Vielleicht die Füße enger zusammen oder weiter auseinander. Bis du dann wieder in der Mitte ankommst. Sehr gut. Dein rechtes Knie anheben. Deine linke Hand mit dem Handballen gegen den Oberschenkel. Und jetzt gibst du Druck. So richtig fest mit dem Handballen. Druck gegen den Oberschenkel. Spür deinen tiefen Bauchmuskel. Komm, komm, komm. Halten, halten, halten. Noch mehr, noch mehr. Und Seite wechseln. Das ist der tiefe, quere Bauchmuskel, der ganz wichtig ist für die Stabilität im unteren Rücken. Jetzt gib noch mehr Druck. Fest, fest, fest. Handballen, gib Druck. Und nochmal wieder lösen. Und wechseln. Und nochmal. Druck geben. Atmen. Und wechseln. Und Druck. Fest. Und wieder zur Mitte kommen. Beide Beine nacheinander unten, nach unten strecken. Arme neben den Körper. Und jetzt Fußspitzen anziehen. Und schieb deine Fersen weg von dir. Beweg. Eigentlich wie im Stehen jetzt dein Becken. Hoch. Die eine Seite, die andere. Vielleicht auch die Beine etwas weiter öffnen. Kommst du ein Stück höher. Im unteren Rücken. Wenn du es mehr schließt, bist du so ein bisschen tiefer. Kommst zur Mitte zurück. Und jetzt drückst du den Rücken ganz fest runter. Und löst nochmal auf. Drückst ihn nochmal runter. Löst auf. Ausatmen. Druck. Einatmen. Lösen. Noch zweimal Druck geben. Letztes Mal. Und entspannen. Nacheinander die Füße aufstellen. Noch einmal breiter als die Matte. Und lass nochmal die Knie nach rechts und nach links kippen. Lockern. Und irgendwann bleibst du dann auf einer Seite. Und über die Seite drückst du dich dann gleich eins weiter zum Sitzen. Und jetzt kannst du die Übung gleich im Stehen machen oder im Knien, so wie ich. Zeig dir beide Varianten. Komm mal auf die Füße. Stütz deine Hände auf den Boden. Komm auf ein Knie. So, wenn du möchtest. Erste Variante. Knie über der Ferse. Knie unter dem Becken. Oder du kommst hoch. Bleibst hier. Wenn es im Knie nicht geht. Ferse in der Luft. Genau dasselbe. Spann dein Gesäß an und drück hier nach vorne, dass du die Dehnung Hüftbeuger spüren kannst. Im Knien, vielleicht auch auf dem Kissen. Kannst du nochmal Gesäß anspannen. Jetzt ein Stück noch weiter nach vorne. Dich sinken lassen. Du merkst die Dehnung im Hüftbeuger, oder? Also stehen oder im Knien, wie du möchtest. Mit jedem Ausatmen ein Stück weiter in die Dehnung hineinziehen. Gesäß anspannen, dran denken. Und dann kommst du ganz langsam wieder zurück. Beide Knie absetzen. Bein nach vorne. Knie über der Ferse. Gesäß anspannen. Oder wieder im Stehen bleiben. Und so weit nach vorne, wie es für dich passt. Und so weit nach vorne, wie es für dich passt. Und dann langsam wieder zurückkommen. Sehr gut. Jetzt kommst du zum Stehen nach oben. Hochkommen. Auslockern. Beine ausschütteln. Auch immer ganz angenehm, finde ich, mal auf einem Bein zu bleiben und da so richtig das Bein rauszuschütteln. Aus der Hüfte auch. Merkst du vielleicht auch in der Verbindung. Eckenkamm und Wirbelsäule. Andere Seite. Richtig wegschütteln. Dann wieder beide Füße hüftbreit aufstellen und beginnen nochmal so wie wir oder starte jetzt mit der Bewegung, mit der wir angefangen haben. Rechts und links dein Becken kippen. Ich hoffe, es fühlt sich etwas freier an. Falls du öfters mit so einer Blockade zu tun hast. Kannst du auch nochmal nach vorne kippen. Vielleicht möchtest du auch dein Becken kreisen. Schau mal, was dir gut tut jetzt. Meistens spürt man selber am besten, was einem gut tut. Auch in die andere Richtung, wenn du kreist. Und dann wieder zur Mitte kommen. Lang strecken. Nimm den ganzen Körper in die Bewegung, in dem du dich so richtig räkelst und streckst. Und dann öffnest deine Arme und entspannst. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wie fühlt es sich an? Gut. Ich hoffe, wenn es sich gut anfühlt, gerne gefällt mir drücken. Nett einen Kommentar hinterlassen, wenn du magst. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen. Vielen Dank. Den Link findest du unter dem Video in den Beschreibungen. Der heißt Deine Unterstützung, mit was es dir wert ist. Zum Beispiel im Monat 5 Euro oder 2,50 oder 10 oder 20, was auch immer. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du ganz einfach so dabei bist. Es gibt übrigens eine Wirbelsäulen-Playlist auf meinem YouTube-Kanal oder ein Physio-Fitness. Also du kannst mal in beide reinschauen oder du gibst einfach ISG-Gabi Fasten in die Suchzeile von YouTube ein. Dann findest du noch mehr Videos, die dir auch gut tun könnten. Freue mich, wenn wir uns ganz einfach so bei unserem nächsten gemeinsamen Training wiedersehen. Bis dann. Das war's. Das war's. Bis dann.